Wer sich im Großraum Magdeburg für die Verbesserung seines Zuhauses interessiert, sollte immer das Möbelhausspill im Gewerbegebiet Irksleben besuchen. Denn hier wird mit 30 Jahre langer Erfahrung Wert darauf gelegt, dass Kunden zufrieden sind. Diese Zufriedenheit wird sich beim Kunden jedes Mal wieder einstellen, wenn er in seine vier Wände nach Hause kommt und sich in jeder Situation wohlfühlt. Der Engländer sagt, mein Home ist mein Castle. Zu Hause verbringt man seine kostbarste Zeit. Hier wird sich jeder geborgen fühlen. So leben wir und genau das ist unser Anspruch. Kundenzufriedenheit stellt sich ein, wenn Beratungsleistung, Formensprache, Produktqualität und Liefertreue bis in das letzte Detail eine Einheit bilden. Denn im Möbelhausspill ist sich jeder Mitarbeiter bewusst, dass er mit seinem Kundenkontakt, mit seiner Empfehlung die Kundenzufriedenheit nachhaltig beeinflusst. Im Möbelhausspill hat jeder Mitarbeiter eine gute Ausbildung. Wir werden regelmäßig geschult und sind selbstverständlich immer über die aktuellen Trends auf dem Laufenden. Genau so wie die Ansprüche der Kunden im Laufe der Jahre gewachsen sind, hat sich das Unternehmen Spill entwickelt. Aus einem inzwischen unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Gaststätte heraus ist ein modernes Möbelhaus gewachsen. Hier findet der Kunde immer interessante Anregungen für sein Zuhause und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis verbunden mit der seriösen Beratung erleichtert die Entscheidung. Wie schon am Anfang gesagt, wer sich für die Verbesserung seines Zuhauses interessiert, ist im Möbelhausspill immer mehr als gut aufgehoben.